So was, wie es jetzt ist, ist keiner besser. 121 Meter. Das hat er. Also ein bisschen ein Lüftern von unten, wo er sich drauflegen kann und es geht dahin. Das ist ein bisschen. 0,3 Meter pro Sekunde sind das jetzt gewinnt. Nein, mehr sogar. 0,45. Und zuerst haben wir aber das gleiche gehabt. 0,3, 0,4. Und das sind einfach 20, 30 Meter Unterschiede. Und schon geht es runter. 141 Meter weit. Das ist faszinierend. Ich sag, wenn es jetzt so bleibt und der Tande so springen darf, dann könnte ich dann voll davor entscheiden. Ja. Ja.